Ich bin von Anfang an Mitglied im Verein Deutsch-Russische Friedenstage. Ich habe diese Vereinsgründung mit initiiert, weil ich mich seit vielen Jahren mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges befasst habe. Ich komme ja ursprünglich aus der Friedensbewegung und seit vielen Jahren ist mir klar, dass die Sowjetunion den größten Beitrag geleistet hat zur Befreiung vom Faschismus und zur Beendigung des Krieges. Und ich denke, dass Deutschland überhaupt nicht entsprechend die Beziehungen zu Russland im Sinne der Freundschaft, der Völkerfreundschaft und des Friedens verstärkt oder überhaupt verfolgt. Also ich halte das für unbedingt notwendig für die Zukunft, dass Deutschland sich bemüht um freundschaftliche Beziehungen zu Russland. Gerade wegen der furchtbaren Opferzahlen, die die Völker der Sowjetunion geleistet haben bei der Befreiung vom Faschismus und der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Wir haben hier heute einen Kranz oder Grenze niedergelegt. Es ist heute der 8. Mai, der in Deutschland als Tag der Befreiung begangen wird. In den Völkern der Sowjetunion wird ja der 9. begangen. Wir haben heute hier Grenze gelegt und erinnert an die große, große Leistungen der Völker der Sowjetunion. Und wir haben das Gedicht gehört von Jevtuschenko, Meinst du, die Russen wollen Krieg, in Deutsch und Russisch vorgetragen, sehr, sehr zu Herzen gehen. Meinst du, die Russen wollen Krieg, in Deutsch und Russisch vorgetragen, sehr, sehr, sehr gut? Meinst du, die Russen wollen Krieg? Hat er die Russen hier bei dir. Quarknüter.